Läuft bei Gerd! Den Pflanzen geht es super, mit den Nachbarn ist alles Paletti und das Wetter ist ein Traum. Doch über Nacht kann die Stimmung kippen, denn bekanntlich sind die Sommer kurz bei uns. Und was passiert mit den Pflanzen im Winter? Gerds Frau Greta ist vorausschauend. Auf Hagerwelt findet sie eine Isolierfolie, um das Problem zu lösen. Die Folie schützt die Pflanzen und das Gemüse gegen Wind und Kälte und wird einfach im Gewächshaus befestigt. Die Kälte bleibt draußen, die Wärme bleibt drin. Damit vermeiden die beiden bis zu 50% Wärmeverlust. Empfindlichen Pflanzen, die nicht in das Gewächshaus können, setzt Greta zum Schutz Brustschutzhauben auf. Natürlich sind die Folien UV-sicher, lichtdurchlässig und temperaturbeständig. So lässt es sich auch in den Übergangsmonaten hervorragend leben. Sei clever mit Hagerwelt und mach dir deinen Garten, wie er dir gefällt.